Angriffsdritten behalten. Jetzt 1 gegen 1 Situation. Torwart draußen. Was für eine Möglichkeit. Das wäre natürlich die endgültige Entscheidung gewesen. Roman Elien, die müssen natürlich schauen, die Moskauer Spieler hier nochmal einen nachzulegen, wenn es irgendwie geht. Denn es könnte ja aufs Torverhältnis ankommen, da zählt jedes Türchen. Lavoie. Fünf Sekunden. Frank zieht schon seine Kula runter. Da ist die Scheibe drin. Jawohl, das Tor wird gegeben. Oh, oh, oh. Nabukov. Völlig daneben gegriffen. Die Scheibe lag in der Luft. Ja, da könnt ihr euch beglückwünschen auf der Feldkircher Bank. Dusel gehört zum Leben, zum Sport. Zwei Sekunden vor der Schlusssirene ist der Puck im Netz. Mein lieber Scholli, was war da genau los? Ein Heber von Lavoie. Abgeprallt von der Schulter von Gustafsson. Deshalb der Griff ins Leere. Was für ein Treffer. Ungeheuer. Da hatte die Norm und Moskau doch den Sieg schon sicher in der Tasche. Da war der Wodka schon kalt gestellt. Nix zu machen, nix zu machen. Auch kein Torraum abseits. Eines Feldkirchers, der da jubelnd direkt im Torraum drin stand. Alles Trend in dieser Begegnung. Spannend. Von der ersten Minute weg. Das ist die logische Folge. Vielleicht der Ausgleich. Oh je, er kann doch drüber schmunzeln. Oh je, er kann doch drüber schmunzeln.